Ich habe Halsschmerzen vom Reden. Ich rede anderthalb Stunden durch. Gott, ist das geil. Ich glaube leider doch, dass es wahr ist. Das tut mir wahnsinnig leid. Ist das Licht dort hinten von... Licht? Was strahlst du an? Okay. Das ist nur ein bisschen merkwürdig. Das ist wirklich nur ein bisschen merkwürdig. Soll ich hier hin? Ich weiß es nicht. Kommt mir gerade so vor, als müsste ich hier hin. Aber ich glaube, ich folge über den Weg. Ich glaube, ich folge über den Weg. Ist wahrscheinlich sicherer, ne? Oh Gott. Oh... Ist der Elm schon wieder ein bisschen gruselig, als dieses Gesang-Ding kam. Okay, da hinten können wir lang. Alles klar. Machen wir am besten auch. Huch. Oh, Wasser. Mal wieder Wasser. Geil. Nicht stehen bleiben. Einfach weiter gehen, Vanessa. Einfach, einfach weiter gehen. Gehen fliegen. Oh Gott, ich bin gerade so drin. Oh Mann. Will ich da rüber gehen oder erst mal hier lang gehen? Ich gehe erst mal hier lang. Ah, hier ist ein Haus. Wie skulle schüttern? Alla. Allt. Wie misslyckert es. Dumm, dumm. Ne, seid jetzt alle Bäume, ne? Seid jetzt alle Bäume. Oh. Lass mal Lichter machen. Oh, den Spalder. Ich mache es mit Ruhe. Torvalds. Kann den Rahmen mit dem versteckten Lied nicht finden. Ohne. Okay, ich finde das für dich. Der versteckten Lied. Die Norns. Durch die Wurzeln des Baums leben sie. Die drei, die die Fäden des Lebens spinnen. Manche nennen sie Hexen, während andere behaupten, sie seien schöne Jungfrauen. Von den Riesen. Sie, die alle unseren Schicksal mächtig weben. Okay. Hier, auch wunderschön. Sehr schön. Hier ist sonst nichts. Und da? Oha. Ein größtes. Naja, okay. So groß ist das Zimmer jetzt auch nicht. Wir müssen in der Milchkanne drinnen. Nö. Ein paar Bücher eventuell. Oh. Oh Gott. Da habe ich ja drücken. Der ist so ein Pferd. Ruth Alquist wurde tot gefunden. Oh nein. Nicht Ruth. Gut. Warum läutet das? Was ist das? Was läutet da? Ach, die Lampe. Okay. Heilpflanzen, Tinkturen und Sude. Runenschrift. Wir haben unsere Vorfahren geschrieben und ge... Ach, wir haben unsere Vorfahren geschrieben und geredet. Gunnar Eckblatt berichtet über Altschriften und Sprachen. Das brauche ich. Das will ich mitnehmen. Da gab es doch genug Sachen von. Die heiligen Pflicht. Äh, die heilige Pflicht. Oh Gott. Hier ist hier das Bild von einer blonden Frau, die bestimmt die... Böseste... Und krasseste Frau überhaupt ist hier. In der Gegend. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendjemand... Ähm... Im Bett liegt und sich versteckt. Oh, es speichert. Weil ich bin trotzdem noch ein ganzes bisschen weiter. Okay. Und mehr Streichwerte. Ich weiß nicht, ob man das ausspricht, Leute. Ich weiß, bitte verurteilt mich nicht. Nicht, wollte ich noch sagen. Ähm, okay. Was würde ich jetzt eigentlich finden? Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Was ist denn da dran? Oh, Odin ist gewählt. Kann einen Rahmen mit dem versteckten Lied nicht finden. Und den Rahmen mit dem versteckten Lied. Okay. Ich habe ein Lied gefunden, glaube ich. Ist zu. Alles klar ist zu. Okay. Und hier? Ist auch zu. Euer fucking ernst. Ich will da rein. Bitte, lass mich da rein. Den ist, glaube ich, offen. Okay, einmal rum. Oh. Aber hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Ich glaube, hier... Oh. Hä? Falsches Haus. Hä? Was habe ich gemacht? Achso, man kann da nicht lang. Achso. Okay, alles. Dann gehe ich mal zurück, wenn man da nicht rein kann. Und wir gucken mal dort hinten weiter. Genau da. Okay. Oh Gott, ob ich da rein will, weiß ich gerade nicht so wirklich. Lieber würde ich ins Wasser gezogen werden. Ach, du Scheiße. Du siehst nicht schön aus. Schmerz, aber du siehst nicht schön aus. Halle der Hafer. Ach, du Scheiße. Speichert der? Heute hat er zwei, zwei, äh... Waldkatzen. Oh Gott, wie heißen diese Viecher? Ähm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Ja, wollte ich es nicht. Ich drücke mal die falsche Taste. Egal. Oh, hier ist das Lied. Das Schlüssel. Die Hafer ist von Yggdrasil selbst geformt worden, mit magischem Gold eingelassen und mit heiligen Ruhnen verziert. Die Zwerge gaben die Hafer an Freya. Sie nahmen Strähnen ihres goldenen Haares als Saiten, sodass die Magie durch das machtvolle Instrument fließen konnte. Odins Wissen. Geil. Eine. Opferritual in der Antike. Okay. Uiuiuiui. Geht langsam die Tapete schon weg. Heilpflanzen. Heute habe ich mich vor dem bösen Mann versteckt. Sieht aus wie eine riesige Kartoffel. Ach so, ist irgendwas auf der Rückseite? Ne. Immer schön nachgucken, ob irgendwas auf der Rückseite ist. Okay. Okay, okay. Okay. Sind auch hübsche Bilder? Was ist Blut? Keine Ahnung. Können wir sie einfach das wegwerfen. Oh, wir haben den nächsten. Wir haben schon 8 von 18. Haben wir das Spielball durch? Das ist gerade die Frage, ob wir das Spielball durch haben. Da liegen Zettel auf dem Boden. Und hier ist ein Buch. Die heilige Pflicht. Da kann ich nicht lang. Okay, hier kann ich hinter den Vorhang. Geil. Okay. Und ist hier noch irgendwas? Ich sehe nichts, aber ich glaube, da ist nichts. Okay, gehen wir doch mal in die anderen Räume. Dort hinten hin. Hallo? Ey, was für Schuhe wir anhaben. Geil. Das ist Schax. Das ist echt die Schax. Oha, ich habe voll eine bedrückende Stimmung hier gerade, ne? Weil das Auge mich beobachtet. Das fucking Auge. Aber die heilige Pflicht mal wieder. Es steht irgendwas hinten drauf? Nein. Abwehrrituale der Antike? Nein. Nein. Heilige Pflicht. Ja, ist alles die heilige Pflicht. Okay. Oh, dieses fucking Auge. Oh mein Gott. Ich glaube, da steht jemand. Okay. Oh. Alles gut. Ich sehe nichts. Ich muss kurz Lichter machen. Sorry. Weil ich irgendwas Wichtiges übersehe. Oh, Teekern. Das ist aber nett. Hier gibt was. Ich durfte nicht schauen. Ich habe trotzdem hingesehen. Ganz viele Kinder mal wieder. Okay. Hier ist noch was. Oh, Streichhäuser. Geil. Brauche ich. Vier. Ich glaube. Sehr gut. Und hier unten haben wir sowas. Oh, hier sind Sachen. Aber da ist leider nichts zu lesen. Johann Larsen. Ruth Alk. Das ist da Dings. Von dem wir auch schon gehört haben. Oder von der. Oh. Was ist das? Was ist das? Da ist was. Oh Gott. Sollte sie spielen? Oh Gott. Weib. Die Macht der Runen. Oh, das können sie bestimmt. Alles klar. Ich bin bereit, um hochzugehen. Rechts vor links. Das ist eh egal. Ich sehe nichts. Ich muss nur kurz Lichter machen. Wir haben ja genug gerade gesammelt. Oh, okay. Heilige Pflicht. Ja. Ich hätte das gedacht. Falsch. Ja. Und ja. Da auch. Okay. Hier sind auch nochmal Schränke. Die müssen wir auch aufmachen. Einfach, weil wir gerade hier sind. Oh Gott. Ich bin gerade so angespannt. Oh Gott. Ja. Zwei Stück. Geil. Sehr gut. Gefällt mir. Oi. Sind wir bereit, um hier durchzugehen? Okay. Moment. Erstmal looten. Okay. Das ist gruselig. Okay. Das ist sehr gruselig. Oh mein Gott. Das ist so gruselig. Mach das bitte zu. Das will ich nicht. Danke für die nächsten. Und wenn jetzt irgendjemand hinter mir steht. Ich bin vor dem Licht erschrocken. Und Augen. Keine Augen. Okay. Hier sind also keine Augen, aber ein Artikel. Ruth Alquist wurde tot gefunden. Oh, das ist echt geil hier drin. Okay. Wir legen die Hafe zurück. Okay. Feuer. Flut. Ja, wir machen das ja schon. Keine Sorge. Also, Feuer. Feuer. Und Blut. Musst du mir das machen? Und jetzt darf ich sie nehmen? Und jetzt darf ich sie nehmen? Musst du sie jetzt spielen? Ich will die jetzt nicht spielen. Kann man die Noten eh nicht merken. Können wir jetzt rausgehen? Hafe verwenden? Na, Hafe wechseln. Was? Wie geil ist das denn? Dann können wir die Ruhe. Okay. Okay. Oh, da komme ich nicht lang. Wow. Wir haben jetzt die fucking Hafe. Das war leichter als gedacht. Das war leicht. Aber nur... Da dauert einfach nur ein bisschen Blut und ein bisschen Feuer. Ich mach das ganz normaler. Achso, ich muss das spielen. Achso, sorry. Ähm. Das ist geil. Äh. Da. 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 War ich nicht gespielt? Warte. Ja. Achso, das war das Falsche, ne? Handy, gar nicht. Ich hab doch das Richtige gemacht. Also das. Hallo. Das. 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 Nee. Nee. Na, warte mal. Leg die mal weg. Leg die weg. Ich muss das da spielen. Äh. Hoch. Geradeaus. Runter. Ding ist hoch. Da, da. Ach Gott. Hoch. Runter. Hoch. Okay. Warte, 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 warte. Ah. Ah, hab's. Sorry. Warte, Moment. Oh, Mann. Es speichert. Ich werde hier ausmachen. Das Spiel geht bestimmt nicht mal so lange weiter, aber, oh Gott, ich will warte spielen. Ciao, Leute.